Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr Dreiecken ein Elfer die ganze Zeit und weiterhin unterstützt. Aus diesem Grunde verlose ich zwei Karten zum Brunchen im Extrablatt. Einfach dieses Video auf eurer Facebook-Seite posten und ins Kommentarfeld euren Verein, für den ihr spielt, reinschreiben. Ich wünsche euch allen viel Glück und viel Spaß beim nächsten Mal hier bei Dreiecken ein Elfer.